Ja, alles in Ordnung, aber nicht mehr viel. Egal, so. Damit wir morgen... Oh Gott, ich muss ja noch graben. Ja, die Pilze interessieren mich jetzt erstmal nicht. Hier, auch wichtig. Kleiner Bonus. Ja, das ist toll. Also die Münzen kann er sich auch sparen. Naja, egal. Da war dann noch mehr. Habe ich jetzt Ton weggebaut oder so? Ne, da ist noch welcher. Ich glaube, jetzt habe ich es weg. Im Moment ist es auch nicht ganz so wichtig. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt gucke ich mir erst mal an, ich habe die Hacke. Ich hacke jetzt erst mal. Den ersten Tag des Herbsts. So, lass mal schauen. Was haben die gemacht? Irgendwo? Ne, da vorne haben sie gemacht, ne? Tatsächlich. Was ist das hier? Das ist gar kein Feld. Gut. Das ist gut. Die haben ein bisschen was schon gemacht. Ein bisschen was. So, wir müssen da draußen noch mitmachen, klar. Ich mach mich zu. Was ist das? Was ist das? Schuss ich bin? Da weiß ich nicht. Das ist gut. Ist da noch irgendwas? Ja. Okay. Und dann noch das da hinten, damit wir wenigstens das da hinten. Was ist das da? Oh, ja, okay. Okay, ich finde nichts mehr. Und wieder weggezogen, klar. Ach, wir schnappen uns jetzt mal die Hacke und dann sehen wir, was los ist. Weil wir müssen jetzt erstmal den Hafer. Aber ich, oh, ja, mhm. Ähm, ich war mir sicher, aber naja, gut. Mhm, ja. Ah, nee, ist okay, passt. So, dann. Hafer. Roggen. Hafer haben wir geerntet. Einmal erstmal umranden. Damit wir sehen, wo wir hinwollen. Das mache ich jetzt hier über Nacht und dann gehe ich mir weitere Feldarbeiter holen, weil alles düngen und das Hacken, das dürfen die gerne machen. Und das sehen, tut mir leid, mache ich. Okay, das haben wir also schon gemacht. Gut. Okay. Okay. Mhm. Und jetzt? Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich da richtig gerechnet habe und gezählt habe. Und dann muss ich natürlich noch gucken, wie viel Weizenkorn haben wir eigentlich. Weil Weizenkorn ist schon toll, aber ich glaube, so viel haben wir da nicht. Das Gute ist, dass Mehl, glaube ich, nicht schlecht wird. Wie viel Mehl haben wir denn eigentlich? Ah, wir müssen noch Eier machen. Mehl. Gut, nein. Da, Mehl. Das ist eine Menge. Wie ist denn das mit Weizenkorn? 105, ja gut, okay, das können wir machen. Warte. Sind wir hier durch? 17 noch. Die müssen noch irgendwo hin. Hier ist alles gesät. Aber die 17 Weizenkorn, die würde ich noch machen. Wie sieht denn das hier aus? Ja, hallo? Klar. Siehst du mal, ich wusste es doch. Ich habe kein Säckchen mehr. Jetzt können wir auf jeden Fall mal ein ordentliches Säckchen machen. Warte mal. Äh, ordentliche Säckchen, Säckchen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Warte mal. Das ist das, das ist das. Wo ist denn hier unser Schmiedehandwerk, äh, Dingenskirchen. Ja, ist super. Ja, ist super. Mich lässt alles im Stich. Boah, vor allen Dingen, wie immer, mein Orientierungssinn. Holz. Wo ist denn hier, wo ist denn hier Bildstuhl und Zeug. Ah, da ist noch eins. Oh, da läuft sogar. So, das ist mal ganz kurz gucken. Ne, 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 ne. Ne, ne. Äh. Ne. Ne. Warte mal. Tüte, googeln, drucken. Ah. Einfache Säckchen. Säckchen. Brauchen wir Leder. Mhm. Und R. Schema kaufen. Wir nehmen uns ja für uns immer das Bessere, ne. Und dafür brauchen wir Leder. Oh. Okay. Leder. Mhm. Was? Drei Leder? Nein. Also, äh, nein. Leder. Sechs brauchen wir. So. Dann. Gehen wir wieder zur... Nee. Ich... 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 Sonstiges... Säckchen. R. Drei. Hm. Wie edel. So. So. Achso. Wir wollten noch... Äh, das Roggenkorn. Äh, ja. Das war wo? Ich weiß es. Oh Gott. Hilfe. Hier. Ah, hier war es. Genau. Genau. Noch neun. Das heißt... oder da ist überall dann wird das da noch weg die zeit vergeht unglaublich so wichtig ist dass kein samen im lager ist vater aber dafür hacken also ich habe keins mehr so folgende sache ich gehe ins lager und guck was es dann gibt entschuldigung fürs aufstoßen ja das machen wir definitiv nicht gut das war jetzt völlig genau das der gegenteil ja genau so hier wären auch keine gewesen dung ist noch genug da dann würde ich sagen wir bauen selbst noch ein bisschen dünger den wir dann da rein tun dung behalten wir mehl wird glaube ich nicht schlecht pelz kommt da rein so stöcke können wir jetzt erstmal auch da rein machen stroh bleibt hier tierfutter ist wenig aber genug so weizen kommt 5 schaffe ich oh warte mal zinnbaren ich habe zinnbaren ich brauche kupfer gut das ist aber jetzt nicht so wichtig was wollte ich machen ich wollte dünger machen ach und ich wollte dir noch geben also dünger machen ja tonbewurf dünger sehen das will ich selbst jetzt